In Behindertenwerkstätten werden zum Beispiel Kleinteile für Autos zusammengebaut, Fahrräder repariert oder Sachen verpackt, auch für große, bekannte Firmen. Menschen, die wegen ihrer Behinderung keine andere Arbeit machen können oder noch keine andere Arbeitsstelle gefunden haben, sollen durch die Werkstätten etwas zu tun haben und auch mit anderen Menschen zusammenkommen. Außerdem soll ihnen alles, was sie in der Werkstatt lernen, dabei helfen, vielleicht irgendwann in einer anderen Firma arbeiten zu können, zusammen mit nichtbehinderten Menschen. Das klappt aber nur sehr selten. Viele Menschen mit Behinderung arbeiten stattdessen lange in den Werkstätten für sehr wenig Geld. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen dort nämlich meistens viel weniger Geld für ihre Arbeit, als es bei anderen Firmen überhaupt erlaubt wäre. Viele finden das unfair. Einige Expertinnen und Experten sagen sogar, dass die Menschen in den Behindertenwerkstätten so wenig Geld bekommen, verstößt gegen Gesetze. Deshalb fordern viele, die Menschen in Behindertenwerkstätten müssten besser bezahlt werden und es müsste mehr dafür getan werden, dass Menschen mit Behinderung auch in anderen Firmen arbeiten können. ... ... ... ... Vielen Dank.